Zypern wird 1960 eine unabhängige Republik. 1974 besetzten türkische Truppen den Nordteil des Landes. 1983 proklamierten die türkischen Zypern die türkische Republik Nordzypern. Seit dieser Zeit ist Zypern im Norden in einen türkischen Teil und im Süden in einen griechischen Teil geteilt. Auf einem 235 Meter hohen Hügel residierten 498 bis 449 vor Christi die persischen Stadthalter. Sie bauten die Anlage weiter aus und gönnten sich eine komfortable Badeanlage mit Dampfbad, Caldarium und Frigitarium. erhalten sind uns die Fundamente des im vierten Jahrhundert abgebrannten Palastes. Musik 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 Ich bin nur nidu, yes, na batte jibonicares, na batte jibonicares Die Festung Kirinheia ist das besterhaltene Kastell Zypern. Von der ursprünglichen, wohl im 8. Jahrhundert begonnenen byzantinischen Burg ist nur noch der Stumpf eines Rundturmes erhalten. Von der ursprünglichen, wohl im 8. Jahrhundert begonnenen byzantinischen Burg ist das besterhaltene Kastell Zypern. Einige Räume des Kastells wurden mit lebensgroßen Puppen und nachgestellten Zähnen ausstaffiert. Die Festung Kirinhe ist das besterhaltene Kastell Zypern. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Im Archäologischen Museum sind die jüngsten Funde der Ausgrabung in der Umgebung Kerineas zu sehen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Eine nachgebaute Steinzeithütte wurde mit Objekten aus dem Dahn Kaifaköi ausgestattet. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ihre heutige Gestalt bekam die Festung im 16. Jahrhundert unter den Venezianern. Untertitelung. BR 2018 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF für funk, 2017 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Musik 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 Schia, scherrunt d'akko, maatgia, muu, Älä, na, pa, me, maatgia, muu. Älä, na, pa, me, sto nisii, Eima, na, su, Eio, kiesii. Eima, na, su, Eio, kiesii. Älä, na, pa, me, sto nisii. Mit seiner beimgesäumten Uferpromenade, der lässigen Atmosphäre und seinem verschlafenen Charme erinnert der Strand von Lanarka, ein wenig an die mediterranen Küsten des Festlandes. Eima, na, su, Eio, kiesii. Das 1625 von den Türken erbaute Hafenkastell ist die Berle in der Uferfront, den Lanarkas. Auf den wuchtigen Wehrmauern stehen noch alte Kanonen. Heute beherbergt es ein kleines Mittelalter-Museum. Das ist ein kleines Mittelalter-Museum. Das ist ein kleines Mittelalter-Museum. Das ist ein kleines Mittelalter-Museum. Die Kirche des heiligen Lazarus wurde im 9. Jahrhundert unter Kaiser Leo VI. über dem Grab des Stadthallien errichtet. Die Kirche erfuhr im 17. Jahrhundert eine Rekonstruktion. Gemäß der Überlieferung soll der von Jesus aus dem Tode erweckte Lazarus vor den Nachstellungen der Juden nach Zypern geflohen sein, wo er Bischof von Kidion wurde. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Auf dem Markt herrscht reges Treiben. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018